Es gibt reiche Teams, es gibt arme Teams. Dann kommt eine ganze Weile Schrott und dann kommen wir. Willkommen in Oakland. Mein Job ist es, dieses Team zur Meisterschaft zu führen. Dafür brauche ich Geld. Wir können nicht mit einem 120 Millionen Dollar Etat mithalten. Wir müssen neue Wege gehen. Sie sollten nicht darauf aus, einen Spieler zu kaufen. Sie sollten darauf aus, einen Siege zu kaufen. Hier sind 25 Spieler, die einfach übersehen wurden. Wie ungeliebte Spielzeuge. Darin steckt ein Meisterteam. Eins, das wir uns leisten können. Wer ist der Kleine? Der Kleine ist der neue stellvertretende Manager. Wir werden diesen Laden aufmischen. Erklär es Ihnen. Ich soll was sagen? Wenn ich mit dem Finger auf dich zeige, ja. Das ist die neue Strategie der Oakland Ace. Ein Team kann man nicht an einem Computer zusammenstellen, Billy. Friss oder stirb. Billy Bean hat versucht, das System neu zu erfinden, aber es funktioniert nicht. Meinst du, du verlierst deinen Job? Was? Tja, ich gehe manchmal ins Internet. Geh nicht ins Internet. Sieg kein Fernsehen. Und sprich nicht mit den Leuten. Glaubst du an diese Sache oder nicht? 100 Prozent. Ihr seht vielleicht nicht aus wie ein Siegerteam, aber ihr seid eins. Also spielt heute Abend wie eins. Hier passiert etwas Einzigartiges und die ganze Stadt spürt es. Wenn wir damit Erfolg haben, haben wir das Spiel für immer verändert. Wehe, das klappt nicht. Ich mache nur Spaß. Musik. 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 Bis zum nächsten Mal.